Wie wurde Yoga wirklich? Wie entstand Yoga wirklich? Wie wurde Yoga so, wie es heute ist? Wirklich. Es gab gerade in diesem Jahr 2017 oftmals Zeitschriftenartikel, wo zum Teil gesagt wird, Yoga sei gar nicht so alt, wie immer behauptet würde. Es wäre erst im 20. Jahrhundert entstanden. Ja, das ist natürlich nicht korrekt. Yoga ist Jahrtausende alt. Es gibt in der alten Indus-Kultur, die vor 4.500 Jahren ihre Blütezeit hatte, gibt es kleine Siegel, es gibt Figuretten, Darstellungen von Menschen in Yogastellungen, es gibt Darstellungen von Fingerhaltungen, Mudras und auch Fingerhaltungen, wo man annehmen kann, da haben die Menschen auch Pranayama geübt. So kann man davon ausgehen, Grundlagen des Hatha-Yoga gab es schon vor 5.000 Jahren. In anderen alten Schriften wie Mahabharata, Ramayana, Yoga, Vasishtha, die alle über 2.000 Jahre alt sind, die meisten würden sagen 2.500 Jahre alt, dort werden auch schon Yoga-Übungen beschrieben, Atemübungen beschrieben, beschrieben wie Menschen Atemübungen machten, sich auf den Kopf stellten, auf einem Bein standen, andere Stellungen einnahmen, so dass wir auch wieder annehmen können, diese Hatha-Yoga-Linie geht länger weiter. Dann gab es im indischen Mittelalter, so zwischen dem 8. und dem 17. Jahrhundert, gab es eine besondere Hatha-Yoga-Bewegung auf der Basis des Tantra und hier entstanden auch die ersten reinen Hatha-Yoga-Schriften wie Guraksha, Shataka, Geranta-Samhita, Shiva-Samhita und Hatha-Yoga-Pradibhika. Und anhand dieser Schriften können wir auch sehen, die Grundlagen des Yoga, Asana, Pranayama, Meditation, Tiefenentspannung, Kriyas, Mudras, Bandhas, die wurden dort alle schon gut beschrieben. Dann gab es im 19. Jahrhundert Westler, die anfingen, in Indien Hatha-Yoga zu üben. Anfang des 20. Jahrhunderts oder auch schon Ende des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Westler, die auch in Europa und in Amerika anfingen, auch Hatha-Yoga weiterzugeben. Die ersten Yoga-Schulen in Deutschland gab es schon in der Weimarer Republik. Und so entstand Yoga in mehreren Wellen. Man könnte aber sagen, das heutige Hatha-Yoga hat sich tatsächlich eher im 20. Jahrhundert entwickelt. Dort entstand auch das Konzept von systematischen Yoga-Kursen, Yoga-Anfänger-Kursen, wie auch Yoga-Lehrer-Ausbildungen, das Konzept von Yoga-Zentren, das Konzept von Yoga-Ashrams im Westen und so weiter. In früheren Zeiten wurde Yoga höchstwahrscheinlich in einem 1-zu-1-Setting weitergegeben. Das heißt, ein Lehrer unterrichtete einen Schüler, der Schüler praktizierte für sich. Aber so ganz sicher ist das auch nicht. Denn es gab im alten Indien, bevor die Moslems die Herrschaft über Indien übernommen hatten, gab es eben Universitäten. Und in diesen Universitäten gab es eben auch Meister, die eine ganze Reihe Schüler hatten. Und vermutlich wurde dort auch schon Hatha-Yoga in Yoga-Gruppen weitergegeben. Als die Moslems Indien eroberten, dort haben sie die alten spirituellen Universitäten geschlossen und ihre eigenen Universitäten eröffnet, die eben, wo die Lehrsprache Persisch war oder auch andere Sprachen. Oder später dann natürlich auch indische Sprachen, aber jedenfalls nicht mehr die alten Sanskrit-Texte genutzt wurden. Ja, und dann ist Yoga mehr in die Mönchsorden und in die Familien gegangen, sodass im 20. Jahrhundert wieder, man könnte sagen, eine Wiederentdeckung war, Yoga in die Breite zu bringen, insbesondere im Hatha-Yoga. Und dort hat Yoga sich natürlich auch befruchtet mit westlichen Körperübungssystemen, wie die englische Militärgymnastik und der englische Militärsport, hat sich verbunden mit der sogenannten Linn-Gymnastik, die ein Schweder entwickelt hatte, auch als Ergänzung zu seiner Massage. Die klassische Massage wird ja auch als schwedische Massage bezeichnet, nach diesem Herrn Linn. Ich glaube, er schreibt sich L-Y-N-N. Und es gab auch noch weitere Dinge. Aber im Grunde genommen die klassischen indischen Asanas mit den klassischen Pranayamas, mit tiefen Entspannungstechniken, Mudras, Bandhas, wurden eben verbunden mit neuer Didaktik und hatten sich seitdem entwickelt. Und natürlich, wie wurde Yoga wirklich so wie heute? Yoga steht seit Jahrtausenden in beständiger Entwicklung. Und das ist ja auch die Schönheit am Yoga. Yoga entwickelt sich und wird immer wieder von Neuem. Und in jedem Menschen wird Yoga wirklich. Solange du über Yoga sprichst, ist Yoga nur Theorie. Dass Yoga wirklich wird, dazu musst du es üben. Übe Yoga und du wirst feststellen, wie Yoga in dir wirklich wird. Yoga heißt ja Harmonie, Yoga heißt Einheit und Verbindung. Übe Yoga und dann wird für dich Harmonie wirklich. du wirst wirst rbianchas weiter partnerschen, dass Yoga in deiner Regierung